Du schweigst gerne, wa? Partner. Du gefällst mir schon viel besser. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Oh. Keine Sorge, das ist normal bei mir. Gut, dann gehen wir mal los. Ja, hier nochmal schönen Tag noch. Danke für die Info. Es ist immer noch so eine besondere Musik hier am Start hier. Ey. So, dann gehen wir mal los. Ganz langsam die Treppen runter natürlich. Was ist das für ein Geräusch? Hä? Egal. Ach nee, die müssen ziehen. Durch die Tür durch. Hammer. Wir sind Magier. Das geht. Können wir jetzt mal mit denen reden? Hallo? Wisst ihr was? Nee. Ciao. So, Kollege. Weiter. Kollege? Kollege? Hä? Okay, dann fahren wir halt alleine weiter. Okay. Hä? Unser Kollege ist verscheuen. Da macht er jetzt mit der Frau rum wahrscheinlich. Die Drecksau. Naja, okay. Dann machen wir halt alleine weiter. Der Stich hat ja. Oh Mann. Illegales Straßenrennen. Das werden wir jetzt mal verfolgen. Start der Straßensperren. Ach nee. Start der Straßenrennen. Von Gabriel Delgado und seinen Freunden. Dann werden wir jetzt hin. Alleine. Oder unser Kollege. Wer hupt denn da? Okay. Äh. Ja. So. Gut. Ah ja. Hä? Unser Kollege ist wirklich weg. Oh. Wir hupen gerade. Kollege? Wo bist du denn? Kollege? Ach komm ey. Egal. Komm. Dann ziehen wir alleine los. Die Sackgasse ist da. Okay. Scheiße. Wir haben es eilig. Weg weg da. Alter. Tut mir leid. Ach du Scheiße. Ach so. Warte mal. Können wir da Funk sprechen? Hier kann man nicht. Unser Kollege ist verschollen. Okay. Vorwärts. Straßenrennen. Illegal. Oh. Das glänzt voll. Hier drin. Amaturenbrett voll. Nice. Spiegelt. Auf, auf. Ich kann nicht fassen, dass unser Kollege weg ist. Was meldet er? Code 3. Ja. Ja, ja, ja. Wir sind hier. Was? Er redet nicht. Okay. Egal. Illegales Straßenrennen. Okay, scheiße. Wir sind falsch. Aua. Warte mal kurz. Wir können ja die Karte öffnen. Mann. Nein. Karte? Ich würde mal gucken. Partner. Okay. Zentral. Jacobs Hinterhof. Ah ja, okay. Ich dachte, wir haben jetzt noch eine Demission, weil er eine Durchsage gemacht hat. Okay, Straßenrennen. Aua. Verdammt nochmal. Was ist denn hier los? Hier. Da. Straßenrennen. Ey. Halt. Verdammt. Stehenbleiben. Hier ist die Polizei. Ist er das? Hallo. Wie? Wow. Oh. Die Sau. Ich bin guter Kopp. Nein, der ist noch nicht entkommen. Ich war da noch auf dem Weg. Mann, das ist gemein. Nee, bei mir wird nicht. Ich habe ausgestellt, dass bei Zusammenschüssen das ausgeblendet wird. Ach, der hat ein Kollege. Da, da ist er ja. Okay. So. Los geht's. Ja, okay. Ich muss jetzt mal gucken, wer das ist. Der im Roten, glaube ich. Anhalten. Ja, der im Roten, glaube ich. Alter, wie der sich extra vorstellt. Aua. Verdammt nochmal. Aus dem Weg. Alter, der haut uns. Wow. Wuhu. Ach, du Scheiße. Achtung. Oh, fuck. Wir sind Polizisten. Seid ihr verrückt? Das könnt ihr doch nicht machen. Ja, genau. Straßensperre. Straßensperre. Ach, Scheiße. Gib auf. Vergiss es. Gib jetzt nicht auf. Verdammt nochmal, Mann. Was soll der Scheiß? Bleib jetzt nicht stehen. Ja, ich versuch's. Aber die Schrottmühle geht nicht schneller. What the fuck? Hier, GTA 5 hier, oder was? GTA 5, ja. Mann, bleib doch mal jetzt hier stehen. Jetzt kommen RAM-Aktion. Jetzt gerade, wo es krass wird, RAM, da blenden sie aus. Ich hab keine Waffe. Jetzt ist er verrückt. Ich hab keine Waffe. Du hast einen foreign-Dignitär, outed as a Fruit-and-a-Kitty-Raper, ein Auto-Dealer, wir werden es loslegen, für die Kickbacks, und ein street-punkter-Card-Thief, die sicher als hell nicht mehr libertätig mit anderen Autos wiedergibend. Das, Detective Phelps, ist kein schlechtes Haul. Du hast deine Kinn low, deine Hands high, und du hast mir immer keine Clearance, ist genau wie das. Das ist Textbuch-Policing, und wir brauchen mehr davon, in diesem Bereich. Danke, Sir. Na? Aber es ist gut gelaufen. Ah, Phelps. Ich war gerade mit Finn Bauer hier, wie gut ihr war. Habe ein Seat. Oh ja, danke. Ja, das ist mein echte Name. Und du kannst es einfach vergessen. All about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness and the lack of an alibi. Ich bin hier, ne? Nicht da. Get out there and catch me another sinner. What are we waiting for? Warum sagt ihr es alle? What are you waiting for? Aber ich habe ja darauf geachtet. Davor war ja das mit Konsult. Der Wagen des Konsults. Und jetzt springen wir gleich über zu Mordinternat? Okay. Wie ihr wollt. Ja, gerne. Aber eigentlich habe ich jetzt kein Kapitel übersprungen. Guten Tag. Ich wundere mich gerade, warum der die Wand anstarrt. Okay. Hi. Nice. Wir wurden einfach so befördert jetzt, oder was? Hallo. Irgendwas zu sagen, Neva? Tatort. Reihe von Durchgängen in einem Lahnblock. Fundort des Mordopfers. Okay. Machen wir uns mal los. Okay, nix. Let's go, ne? Polizeiauto. Hey, hi. Achtung! Verdammt nochmal! Kann's doch nicht sein. Du schweigst gerne, wa? Partner. Du gefällst mir schon viel besser. Ich weiß nicht genau, wo wir hin sollen. Oh. Keine Sorge, das ist normal bei mir. Warte, wir müssen mal kurz wenden. Achtung! Ah, ja! Wow! Okay, hier lang. Ah, hier sind wir schon. Achtung! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der Gerichtsmediziner, kann ich mich noch erinnern? Kann ich mit ihm reden? Okay, hier sind mehrere Sachen. Ah, das ist nur die Tasche. Oh ja. Fingernails. Aua! Abgerissen. Aua! Geht noch irgendwas? Und Zettel. Stadtbücherei. Stadtbücherei. Dahlia-Pirp. Dahlia-Pirp. Four women. All murdered. All put on display. All with messages. Miller had no message. Look, Phelps. This is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with Rode. Bruising from a small man's shoe. Further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to be a good one. They seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand.